So, guten Morgen. Heute geht's los in Richtung Zugspitze. So sieht's aus, wenn ich die Augen aufmache. Zumindest mit Licht. Ich würde sagen, ihr seht uns später wieder. Und ich werde erst mal wach. Au. Bis dann, tschö. So, Rucksack hier drinnen. Los kann's gehen. Beziehungsweise Auto freikratzen. So. Wie man sieht, ist hier alles geworden. Aber das ist nicht schlimm. In der Zeit fangen wir mal an, hier ein bisschen, äh, was vorzubereiten. Ganz wichtig. Ich habe unsere Kamera. Meine Freundin ist hier draußen. Erzählt mir irgendwas? Was? Nö. Vorne meins oder die Seiten? Das ist mein Kratzer. Da ist mein Kratzer. Da. Idee. Danke. Ähm. So. Wir geben ein... Frank Krach hier, du. Schnappst du das ab? So, die Frontscheibe ist freigetaut. Die haben ja... Aber, Schmerzen. Auf jeden Fall. Bis dann. Bis dann. Warte. So. Wo sind wir denn? Hier. Guck mal da. 2.31. Für eine Liter Super Plus. Na, geht ja. Ja, super. Schmerz. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ich habe mir fast gedacht, oh hier guck mal da ist der Pool hier ist die 11 ich habe mir fast gedacht, oh hier guck mal da ist der Pool ist das nicht geil, ruhig, außer der Depp, der redet, die einer, die raucht Super! Ich wollte etwa 15 mit 20 30 30 30 30 40 42 41 42 43 44 46 Jetzt weiß ich, wofür die Brille ist. Ja, immer! Hallo, Zugspitze bei Nacht. Und es ist kalt. Gute Nacht, Huuu. Wir sind morgen um, wie spät ist es überhaupt? Sieben. Ja, da wird genickt, sieben Uhr. Da hinten geht die Sonne auf, irgendwann, äh, ja, kalt, ruhig, schön, da oben ist noch ein Stern. Tschüss. Willkommen! Willkommen! Die Vergnung ist ja wieder. Die Vergnung ist ja wieder genau. Es gab keine Ahnung, die wir sehen. Das ist ja auch wieder genau. Und das ist das, Ich bin jetzt hier die Vergnung, Ich bin jetzt hier nicht sicher. Vielen Dank.